hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge von micro cool g hier müssen wir sofort losgehen und sind wir überhaupt erzählen jetzt ist los perfekt noch nicht jetzt natürlich auch entfernt ich war der erste runde drin und gekickt kann sich sein so eine runde vor mir eben irgendwie die frühe noch 40 ich weiß ja nämlich 4500 leute online aufkommen davon besser als 20 geben wir die kurs gibt gehen wollen hier sondern ränking in 1260 kiltz und wurde drei und schlecht in der tat da jetzt mal los jetzt hier ist wie man nicht den ganz langen weg machen dafür sind doch noch verloren ist wahrscheinlich ja ich kann es auch anziehen das mittelange auszuhalten ja der erste typ hier natürlich mit dieser sache mal hin auf 5hz unterbrochen tja da sind wir blöd passt ja zu halloween so wir sind 90 spieler ja jetzt sind 20 komm schon nein musste das warum muss das passieren ach du scheiße sie konnte mir sehen oder er hat ja da mädchen es genommen gehabt was haben meistens ja auch manchmal also männliche spieler auch was das jetzt genau ist ist auch neutral oder so ist ja auch was und das soll ein tier ich habe mal er kommt ja nie mal sehen trotz oder die komo da raus nicht so toll richtig gut es ist ich richtig niemals anzuziehen aber ich habe keine chance perfekt optimal spiel her auch nein immer gegen zwei sind schon die team ja auch hier raus jetzt hier kommt das kann so nicht sein ganz ehrlich nee das ist mir abgeht also